Und mit seiner zweiten Foni zeigt der führende nach der Dressur im Indernis 2, Fabian Genshier. In Indernis 7 eingefahren für die Schweiz, Melanie Miersch, die zweitplatzierte nach der Dressur unterwegs im Indernis 7. Der Leader nach der Dressur Fabian Genshier unterwegs im Indernis 2. Die Zeit im Indernis 2 für Fabian Genshier aus Deutschland. Die Zeit im Indernis 2 für Fabian Genshier.